Hey Gothic-Freunde, willkommen in meinem dritten Tipps und Tricks Video. Wie immer sind wieder ganz ganz tolle Tipps zusammengekommen und auch eventuell ein Spoiler, ich habe da aber vorgewarnt. Und zusätzlich auch noch einige Ergänzungen zu Tipps, die ich schon in Vorvideos genannt habe, sowie ein Tipp, der es irgendwie ins letzte Video nicht geschafft hat, aber dazu komme ich gleich nochmal. Was ich noch zusätzlich erwähnen will, euer Support ist wirklich richtig geil. Also wie viele Leute eigentlich immer einschalten, meine Videos durchleiten, kommentieren, mir auch noch Tipps geben und zusätzlich noch in mein Let's Play einschalten von Gothic 2. Das ist richtig richtig cool. Also da freut es mich auch jeden Tag eine neue Folge aufzunehmen und was hochzuladen. Wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr da gerne auch nochmal reinschauen. Ansonsten habe ich noch einen Twitch-Kanal, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Aber jetzt zum Tipps und Tricks Video. Ihr kennt mich, direkt zu Anfang kommen die wichtigen Tipps, die ich entweder bisher vergessen habe oder in diesem Fall Lestersthal. Dieser Tipp, den hatte ich mal aufgenommen, habe mir aber einfach nicht ins zweite Video gepackt. Super toll, oder? Also jetzt nochmal für euch Lestersthal direkt zu Anfang. Ihr seht hier Xardas Turm und hier die zwei Wasserfälle und der See und dann könnt ihr hier einmal runterlaufen und hier geht es eine Höhle rein und da geht es zu Lestersthal. Ich mache den mal im Schnelldurchlauf durch. So, da sind wir auch schon in Lestersthal. Da geht es hier eine Klippe runter und da könnt ihr einfach runterlaufen. Ich spule nochmal vor. Im Übrigen schaut auch nochmal hier hinter, hier findet ihr Spruchrollen und Tränke. Und wie ihr seht, hier unten sitzt ein Lester. Mit ihm könnt ihr einmal reden und ihn auch davon berichten, dass ihr bereits mit Xardas gesprochen habt. Und wie ihr schon seht, sind hier allerlei Viecher in der Umgebung, wie Wölfe, Ratten. Aber das sind schwache Wölfe und schwache Ratten. Die könnt ihr alle besiegen und weiter hinten, wenn ihr in die Richtung lauft, findet ihr noch eine Höhle. Die könnt ihr auch noch ausplündern. Da sind ein paar Pflanzen drin, die könnt ihr dann für die Kräuterquests wichtig sein und und und. Und jetzt noch eine wichtige Sache. Lester ist zwar gerade weggerannt, aber wenn ihr ihn anspricht und ihn nach einer Möglichkeit fragt, in die Stadt zu kommen, dann sagt er euch, ihr könnt euch als Lehrling des Alchemisten in der Stadt ausgeben und müsst dann zehn Pflanzen der gleichen Art sammeln. Deswegen auch gerade der Tipp, die Pflanzen mitzunehmen. Wenn ihr dann zum Beispiel zehn Heilpflanzen dabei habt und den Stadttorwachen zeigt, dann kommt ihr einfach so in die Stadt, egal wie abgerissen ihr ausseht. Noch ein Tipp. Wenn ihr die Bauernkleidung schon tragt, bevor ihr mit Kanter sprecht, könnt ihr die Erpresser-Quest von ihm überspringen. Nochmal danke für den Tipp an die Zuschauer von mir, die haben den mir gegeben. Die meisten machen es ja so, wenn ihr das erste Mal zum Bauernhof kommt, dann bittet euch Hilda, die Frau von Lohbert, irgendwann eine Pfanne zu holen vom Händler. Und das ist Kanter. Und dann gibt sie euch das Gold, wenn ihr danach fragt. Und dann könnt ihr die Pfanne von ihm holen. Und dann bietet er euch einen Passierschein an. Das macht er aber nur, wenn ihr so abgerissen wie jetzt rumlauft, nämlich ohne die Bauernkleidung. Wenn ihr das nicht tut und die Bauernkleidung anhabt, dann bietet er euch die Erpresser-Quest gar nicht erst an. Ja, und ihr seht hier gar nichts. Also weder was von einem Passierschein noch irgendwas von einem Gefallen. Das Ding ist allerdings, wenn ihr ihn dann in der Stadt trefft, dann bittet er euch um einen Gefallen. Und ihr steht nicht mehr in seiner Schuld. Und in Bezug aufs letzte Video, also dem zweiten Teil, muss ich noch was hinzufügen. Denn ich habe von meinen Zuschauern etwas gesagt bekommen, was ich zuvor noch gar nicht wusste. Und das ist sehr, sehr wichtig für euch. Ich habe gesagt, dass Konstantino Stärke Tränke braut. Das ist soweit richtig, nur dass man nicht unbedingt Lehrling bei ihm sein muss. Ich bin jetzt in diesem Durchlauf Lehrling bei Harad, dem Schmied. Und jetzt spreche ich einmal mit Ignaz und lasse mir von ihm die Kunst der Alchemie beibringen. Ja, und dann reicht es einfach eine Essenz der Heilung zu lernen. So, nochmal als Beweis. Hier kann ich meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Also ich bin tatsächlich bei Harad in der Lehre. Ja, und wenn ihr jetzt Konstantino anspricht, dann könnt ihr ihn fragen, dass ihr auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke seid. Er fragt euch dann natürlich, ob ihr Erfahrung in der Alchemie habt. Und das habt ihr natürlich, weil ihr eben die Essenz der Heilung bei Ignaz gelernt habt. Und dann könnt ihr ihn fragen, welche Rezepturen er einem beibringen kann. Ja, und da haben wir schon das Elixier der Stärke. Also heißt im Umkehrschluss, ihr könnt auch bei Harad oder Bospa in die Lehre gehen. Braucht ihr nur eine Alchemiekenntnis, also einen Trank, den man da braucht. Und dann bringt euch Konstantino schon das Elixier der Stärke bei. Und das geht ab Kapitel 1. Das ist ganz, ganz wichtig. Also könnt ihr schon ab Kapitel 1 die Stärketränke brauchen. Ich würde euch aber empfehlen, Stärketränke allgemein erst ab 90 Stärke oder 120 Stärke zu trinken. Kann man halten, wie man will. Ab 90 Stärke kostet 1 Stärke Punkt 4 Lernpunkte. Ab 120 Stärke 1 Stärke Punkt 5 Lernpunkte. Für den nächsten Tipp müsst ihr bei Harad unbedingt in der Lehre sein. Ich habe ja schon im letzten Tipps und Tricks Video, also Teil 2, davon erzählt, dass man bei Harad Waffen verkaufen kann. Und dafür hat man ja immer Karl im Hafenviertel verprügelt. Das war ein Schmied da. Und dann halt mit dem Rohstall Waffen hergestellt und bei Harad verkauft. Das habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Ich habe jetzt mal edle Schwerter hergestellt. Nun gibt es jedoch einen weiteren Trick. Allerdings, ich sage euch gleich vorweg, ich bin kein Fan von solchen Tricks, weil das eher in Richtung Spielefehler ausnutzen geht. Jedoch ist es mal schön zu wissen, was überhaupt alles noch in Gothic möglich ist. Deswegen zeige ich euch das. Und viele haben es auch in die Kommentare geschrieben. Nämlich, man kann ein Schwert jetzt ausrüsten, dann zu Harad gehen. Ihr seht immer noch, ein Schwert ist ausgerüstet, eins im Inventar, selbst hergestellt. Und dann verkauft man ihm die geschmiedeten Waffen. So, jetzt schauen wir ins Inventar und haben immer noch die zwei Schwerter. Können wieder eins ausrüsten. Und können wieder die Waffen verkaufen. Deine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut, gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. So, und da haben wir wieder die zwei Schwerter im Inventar. Also, das kann man unendlich oft wiederholen. Ich glaube, das ist ein Trick, mit dem man das meiste Geld rausholen kann in Gothic 2. Ihr braucht auch nur zwei Rohstahl dafür, um die zwei Waffen herzustellen. Und dann könnt ihr das immer wieder machen. Und deswegen bin ich da kein Fan von, weil das trübt das komplette Spielerlebnis. Also, es ist euch selbst überlassen, ob ihr das jetzt anwendet oder nicht. Ich wollte es euch nur mal zeigen und euch zeigen, was möglich ist. So, für den nächsten Tipp. Ihr kennt ja alle, Moe. Also, jedem Anfänger, der das erste Mal Gothic spielt, der Typ geht einem auf den Sack. Man betritt das Hafenviertel, denkt sich nichts dabei. Und er will einfach Gold von einem. Und wenn man ihm kein Gold gibt, dann will er einen verprügeln. Super tolle Sache. Aber, da gibt es ein Gegenmittel gegen diesen Moe. Klar, man kann ihn auch verprügeln. Erfahrene Gothic-Spieler, die kriegen das auch locker hin. Oder Leute, die schon ein bisschen weiter sind vom Level her. Aber für Anfänger kann das manchmal schwierig sein. So, da sprecht ihr einmal mit Moe. Und ihr kennt ja alle den Dialog mit ihm. Und macht ihn normal durch, bis er euch verprügeln will. Und wenn er dann aggressiv wird, dann sprecht er einmal mit Laris. Und dann steht hier, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Und dann könnt ihr ihm tatsächlich sagen, dieser Typ da belästigt mich. Zeig ihm! Aufhören! So vor! Ihr solltet jedoch darauf achten, dass Moe immer noch aggressiv auf euch ist. Und wegrennen. Laris wird sich dann darum kümmern. Und von da an, lässt euch Moe in Ruhe. Ja, auch eine super Sache. Zusätzlich noch. Für Attila soll das auch funktionieren. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Allerdings hat das nicht geklappt bei mir. Da kam dann keine Gesprächsoption mit. Ich brauche deine Hilfe. Das ging bisher nur bei Moe. So, der nächste Tipp ist ein ganz minimaler Spoiler. Also wer das jetzt nicht hören möchte, der kann sich auch die Ohren zuhalten oder das skippen. Ich habe unten extra Timelines dafür eingerichtet. Aber falls ihr mit der vermissten Quest jetzt auf Gedeih und Verderb nicht weiterkommen solltet oder irgendwo hängt, da gibt es einen kleinen Tipp. Ihr springt einmal ins Meer und schwimmt da diesen Felsen dort entlang. Ja, und da findet ihr diesen netten Mann. Mit dem könnt ihr einmal sprechen. Das könnte euch eventuell ein bisschen weiterhelfen. Aber in diesem Tipp soll es nicht darum gehen, sondern um eine andere Sache. Denn man kann hier noch weiter schwimmen und dort hinten befindet sich noch ein anderer Strand. Und das ist ganz wichtig. Ihr seht schon, hier ist einmal ein Strand. Da würdet ihr von da oben runterkommen und da könnt ihr hier drauf landen und die Truhe hier aufmachen. Aber es geht noch weiter. Ihr findet hier einerseits ein grobes Bastardschwert. Ich muss sagen, die Waffe ist nicht sonderlich gut, weil der Stärkewert über dem eigentlichen Schaden liegt und es gibt keinen Einhand-Talent-Bonus. Allerdings findet ihr hier noch eine Truhe und hier vorne eine Steintafel. Und diese Steintafel ist eine Steintafel der Magie. Also für alle Magier interessant, weil das gibt nochmal zwei Mana extra. Wenn man sich möglichst schnell dem Kloster der Feuermagier anschließen will, muss man mit Vatras reden. Allerdings sollte man davor schon die Wassermagier-Quest angefangen haben, beziehungsweise die Quest des Rings des Wassers. Und da muss man die versiegelte Botschaft an Vatras überbracht haben, nämlich die von Kavalorn, damit Vatras über die Gemeinschaften geredet haben. Der verweist dann zu Laris. Dann sagt man zu Laris, man will zu den Feuermagiern und der schickt einen wieder zu Vatras. Und erst dann aktiviert sich die Quest mit Daron. Da muss man einmal mit Vatras reden. Ich mach das kurz. So, und Vatras verweist dann auf Daron, wie eben schon gesagt. Und Daron kann einem helfen, schneller ins Kloster der Feuermagier zu kommen, indem man ihm einen Gefallen erweist. Der Gefallen ist relativ einfach. Ich zeige euch, wie es kurz geht. Dann muss man Daron darauf ansprechen, dass man was von einer Statuette gehört hat. Allerdings kommt diese Gesprächsoption nicht direkt zu Anfang. Ihr müsst euch erstmal durchs komplette Gespräch, warum Daron in der Stadt ist, durchklicken. Und dann erst kommt das. So, und Daron sagt uns dann, dass er die Statuette in der Nähe von Orlans Taverne an Goblins verloren hat. Und diese dann damit ins Unterholz verschwunden sind. Wo genau das ist, das kann ich euch zeigen. Wenn man diesen Weg hier weiter folgt, kommt man zum Söldnerhof. Und wenn man hier hoch geht, kommt man zu Orlans Taverne. Und hier ist die besagte Höhle. Man hat auch noch eine andere Quest in der Höhle. Da geht es nämlich um Greggs Piratenschatz. Da kann man beide Quests direkt damit verbinden. Man sollte Gregg nur kurz davor an Orlans Taverne ansprechen. So, wenn man dann rechts lang gegangen ist, dann findet man beim schwarzen Goblin die wertvolle Innos Statue. Und das genau ist Daron Statue, die er verloren hat. Die nimmt man einmal mit. Und dann kann man zu Daron sagen, dass man seine Statuette gefunden hat und sie ihm wiedergeben. So, wenn man das dann getan hat, kann man jetzt gedroht zum Kloster laufen und dort mit Pedro sprechen, dem Pförtner des Klosters. Das hier ist Pedro und der kann euch dann ins Kloster einlassen, wenn ihr sagt, ihr kommt von Daron. Und dann könnt ihr Pedro darauf ansprechen, dass ihr diese Statuette habt. So, und dann kann man sich endgültig dafür entscheiden, dass man Novize werden will. Und diese Entscheidung ist dann permanent für den Rest des Spiels. So, für den nächsten Tipp müsst ihr in eine Höhle gehen. Ich zeige euch mal auf der Karte, wo sie ist. Wenn ihr jetzt rechts oben in der Ecke unseren Pfeil seht, dort befinden wir uns gerade. Und das in der Nähe vom Wassermagiercamp und diesen Pyramiden hier. Und da findet ihr hier diese Höhle. Ich sage euch aber gleich, hier sind Warane davor. Gerade am Anfang vielleicht nicht so leicht zu besiegen, weil die haben einen hohen Rüstungswert. Und hier drin sind noch drei schwarze Goblins. Ich würde euch nur empfehlen, hier reinzugehen, wenn ihr gut gerüstet seid. So, ich würde euch aber nur empfehlen, hier hinzugehen, wenn ihr stark genug seid. Ihr kommt hier auch während der Prüfung des Feuers nochmal vorbei. Da könnt ihr das auch probieren. Falls das jetzt nicht der Fall sein sollte, weil das ja jetzt ein Anfänger-Tipps-Video ist. Und ihr jetzt nicht so stark sein solltet. Eine Sache müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, nämlich Schlösser knacken. Das braucht ihr nämlich für das Ende dieses Dungeons. Und, falls ihr das jetzt wirklich nicht schaffen solltet, würde ich euch einfach empfehlen, euch zu verwandeln. Ihnen jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Drachensnapper, aber ein Schattenläufer reicht auch aus. Und dann könnt ihr alle Kreaturen hier drin killen. Weiter hinten kommen Mindcrawler und Mindcrawler Warrior. Oder ihr beschwört euch einfach Goblinskelette oder Skelette. Das kostet 75 Gold pro Schriftrolle, ist also relativ erschwinglich. Die halten auch eine Zeit lang. Ich mache den Dungeon jetzt mal im Schnelldurchlauf durch. Ihr seht schon, hier sind die ersten goldenen Kelche versteckt. Sowie ein Schwert, Tränke und eine Steintafel. Aber auch hier diese Steinhaufen. Ich kann euch mal kurz zeigen, was sich dahinter verbirgt. Steingolens. Die sind aber noch nicht aktiv und ich zeige euch auch warum. Ihr folgt jetzt hier dem rechten Weg. Hier ist der besagte Mindcrawler Warrior. Wenn ihr den besiegt habt, habt ihr hier die Schatzkammer. Hier ist eine Juwelenschatulle, normale Schatullen, silberne Schalen und und und. Ja, und am Ende des Dungeons ist in dieser Truhe ein Morgenstern, 150 Gold und ein Lederbeutel. Und in diesem Lederbeutel findet ihr was ganz Besonderes, nämlich einen Ring. Und das ist ein sehr, sehr starker Ring, nämlich der Ring der Unbesiegbarkeit. Der gibt euch 5 Schutz vor Waffen, 5 Schutz vor Pfeilen, 3 Schutz vor Feuer und 3 Schutz vor Magie. Sehr, sehr geil. Aber, sobald ihr die Truhe knackt, aktivieren sich jetzt die Golems. Der Witz dabei ist, sie brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich aufgebaut haben. Also würde ich einfach wieder rausrennen. Ihr seht das hier, die bauen sich auf und ihr könnt einfach rausrennen. Was ich euch noch davor empfehlen würde, den kompletten Dungeon auszurollen, damit ihr nicht die ganze Zeit in die Golems reinrennen müsst. Und dann könnt ihr die später, wenn ihr die dann irgendwann easy schafft, im dritten Kapitel oder so, einfach killen und das war's dann. Im nächsten Tipp geht es um Cypher und sein Sumpfkrautpaket. Also für alle jene, die Söldner werden wollen oder einfach als Gildenlose alle Quests kompletieren wollen, die können da Cypher ansprechen. Und ich habe euch ja im ersten Tipps und Tricks Video gezeigt, wie ihr das Sumpfkrautpaket bekommt. Und das könnt ihr hier Cypher geben. Allerdings würde ich das nicht gleich zu Anfang machen, sondern würde ihn erstmal fragen, was Cypher mit dem Dieb machen will und wird diese Detektivsuche beginnen. Das führt euch erst zu diesem Bauer Bodo und dann zu Da. Und dann könnt ihr Cypher sagen, dass Da dafür verantwortlich ist und ihn verprügeln lassen. Okay, Da wird euch sagen, dass er das Krautpaket an einem Typen in der Stadt verhökert hat. Und das könnt ihr jetzt Cypher sagen und er wird dann ziemlich aggressiv und will Da verprügeln. Ihr solltet darauf achten, Da einmal zu looten, weil er hat 12 oder meistens 10 Stängel Sumpfkraut im Inventar. Ja, dann redet ihr nochmal mit Cypher und könnt ihn nochmal wegen des Sumpfkrauts ansprechen. Und direkt danach könnt ihr ihm noch sagen, dass das Krautpaket, was ihr im Inventar habt, auch noch ihm gehört oder ob es ihm gehört. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werde verreckt. Und so habt ihr das Maximale aus der Questreihe rausgeholt. Cypher wird jetzt für euch stimmen, da allerdings gegen euch, aber Torloff wird euch dann auch sagen, also falls ihr jetzt Söldner werden wollt, Torloff wird euch dann sagen, ja, das Stimme zählt sowieso nicht so viel. Im zweiten Kapitel kommt ihr ins Minental und meistens fahren die meisten Leute mit dem Problem, ja, irgendwie meine Stufe ist nicht ganz so hoch, wie ich mir das gedacht habe. Und dann gibt es eine Möglichkeit des Powerlevelns. Dazu benötigt ihr aber eine Feuerregenschriftrolle und einen Trank der Geschwindigkeit. Ganz, ganz wichtig. Die beiden Sachen. Mehr braucht ihr nicht. Wenn ihr meine Tipps und Tricks bisher befolgt habt, dann dürftet ihr sowieso schon eine Feuerregenschriftrolle im Inventar haben. Dann braucht ihr nur noch den Trank der Geschwindigkeit und den findet ihr bei Lutero. Das ist der Händler im oberen Viertel. So, dann rüstet ihr einmal den Feuerregen aus und einmal trinkt ihr den Trank der Geschwindigkeit. So, dann rennt ihr los an den Orks vorbei und ihr müsst was ganz Wichtiges machen. Ihr haltet euch hier, damit ihr in die Richtung rennt. Und dann hier vorbei. So, und bei diesen Orks hier geht ihr erst in die Richtung, dass die anderen Orks hinterher kommen können und die hier aggressiv werden. Dann lauft ihr einmal wie so ein S hier drumherum und dann hier rein. Das ist ganz wichtig. Und dann zieht ihr den Feuerregen durch. Lauft nochmal in alle Richtungen, solange der Feuerregen wirkt. Da hinten ist noch ein Schamane, der hat überlebt. Das sollte im Normalfall nicht der Fall sein. Normal erwischt ihr alle Orks. So, den Schamanen habe ich auch nochmal kurz erlegt. Ihr seht jetzt, ihr habt jetzt einige Orks getötet. Wirklich einige. Das ist eine gute Möglichkeit, um Power zu leveln. Das kann natürlich ein paar Versuche brauchen. Besonders, wenn man dieses S läuft. Weil wenn man das nicht läuft, dann rennen einem die Orks, die hier stehen, direkt hier rein, hinterher und schlagen einen womöglich tot. Besonders, wenn man am Anfang jetzt nicht unbedingt Ravens Rüstung, so wie ich hat, sondern wahrscheinlich die leichte Söldnerrüstung, leichte Milizrüstung oder die Novizenrobe. Und ja, das ist dann nicht so geil. Allerdings, wenn man es dann geschafft hat, hat man einen ordentlichen Erfahrungsschub. Und jetzt noch zu einem anschließenden Tipp. So, dasselbe mit dem Power Leveln könnt ihr natürlich auch im Miental machen. Nämlich, wenn ihr vor der Burg steht. Da gibt es hier so eine Ork-Ramme. Und die Orks, die kommen hier nicht hochgelaufen. Die bleiben hier kurz davor stehen. Und da könnt ihr dann wieder den Geschwindigkeitstrang ziehen. Müsst wieder den Feuerregen ausgerüstet haben. Und dann pullt ihr einmal alle Orks, die in der Nähe sind. Da gibt es einige. Hier vorne steht noch ein Elite-Krieger. Hier sind noch zwei Orks. Ihr könnt richtig viele ziehen. Ihr müsst sie nur immer auf aggressiv halten. Dann schaut ihr mal, dass sie noch hinter euch sind. Weil mit dem Drang der Geschwindigkeit seid ihr relativ fix. Hier sind noch ein paar Waage, die könnt ihr mitnehmen. Gerade nützlich, wenn man für Boss bearbeitet. Dann die Orks hier noch. Genau, schön die Schamanen noch. Läuft hier Kreise. Schaut, dass wieder alles aggressiv bleibt. Bleibt immer kurz stehen. Lasst euch am besten nicht hitten, wie ich gerade. Und dann lauft ihr hier hoch. Und bleibt hier stehen. Und dann drehen die Orks komplett frei. Und ihr könnt einen Feuerregen durchziehen. Nur die Ork-Elite werden dabei nicht sterben. Ich kann euch mal zeigen, wie viel Leben bei denen noch bleibt. Richtig wenig. Die könnt ihr dann mit einem Bogen abschießen oder im Nahkampf noch besiegen, wenn die hier weglaufen. Das geht ganz easy. Die kriegen aber von euch, wenn ihr dann noch Anfänger seid, sehr, sehr wenig Nahkampfschaden. Das sage ich euch gleich. Also nehmt lieber einen Bogen. Oder, was ich euch auch empfehlen kann, einfach Feuerballschrift rollen. Dann zündet ihr die einfach mit Feuerbällen an und dann sind die auch relativ schnell tot. Soviel zum Power-Leveln. Ich hoffe, das hilft euch wenigstens am Anfang, wenn ihr verfrüht ins Minental kommt und euch relativ schnell für eine Fraktion entschieden habt, zu leveln. So, das war es auch schon wieder. Ich denke, das war jetzt das letzte Tipps- und Tricks-Video für Anfänger. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen für das fünfte Kapitel von Gothic 2, wo ich nochmal drauf eingehen werde, was man so alles noch mitnehmen kann, bevor man dann ins sechste Kapitel aufbricht. Ich will da nichts spoilern. Lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf euch. Und tschüss. Ich freue mich wieder auf euch.